Eintracht Hallo und herzlich willkommen zurück bei Payday 2 Wir sind mittlerweile in der dritten Versuch oder so, das nochmal auf Sneaky zu machen Eine Stufe höher auf Overkill Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen Das ist die höchste Stufe aber Nein, ist es nicht Siehst du doch Oder? Ach, sehr egal Egal Na ja, auf jeden Fall haben wir Spaß jetzt Bäh, warte mal, warte mal Schwarz ist zu spät Ok, gucken wir mal auf den Polizeiwagen Wenn ihr da jetzt nicht steht, gehe ich nach hinten Ich gucke Nein, ist nicht Nein, ist nicht Ist nicht Links ist frei Links ist frei Schaffen wir, ist keiner da Da steht jetzt ein Wachmann Da steht ein Wachmann, direkt vor uns Der dreht sich halt gleich wieder um Nein, macht das nicht Guck mal, ob links offen ist Links ist einfacher Links ist auf Ja, lass links, links ist einfacher Warte, ich guck mal hier, ob das hier so links ist Links ist eine Hier ist noch so eine... So eine... Die Nutte ist hier diesmal nicht Hier ist der Wachmann Der dreht sich gerade um So, mach das Ich mach äh mit Schal... äh mit äh... Warte Pager-Bahn vor Ich geh vornerein Was? Junge, ich hab schon Maske aufgesetzt Was? Du hast gegendrückt, man Ja! Das... Komm doch, Junge! Die ist ihm da und komm Ja, also Mach ihn kaputt Los! Hier ist noch einer Hier ist noch einer Ja, mach den auch tot Ja, der muss ja erstmal aufs Feld... Ach ne, komm, dann kann ich auch selber Bleib geduckt, ne? Ja Bleib geduckt So, okay, haben wir geschafft So, dann... Nehmen wir hier rein Hier ist nimmer drin Was soll ich machen? Hier ist nimmer drin auf jeden Fall jetzt Nehmt eure ähm... primär... Ah, wo... Ja, okay Ich hab kein Schal... da drauf, ne? Ja, dann nicht schießen Ja, ja, ja Ja, wir erstmal machen wir den Panzer Ach, äh, den Dings Nein, 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 das macht Geräusche, da kommen die Mach nicht Achso, du hast... achso Guck mal Büro Das Büro Sagt, wenn ich vornerein stürmen soll Büro ist auch clear Okay, wir können Drei Zwei Alles Ihr müsst hier down schießen, komm, rein Hier draußen ist eine Mach draußen Fesseln Weil das ist professionell Wenn du jetzt enden in Verhandlung Ich denke, du wirst da rüber und mach den Panzer da Da, Vorsicht Scheiße Da Fahr schnell Äh, ich mach den Panzer mal, fertig Äh, den Dings im Panzer Ja, warte, mach den zum Schluss knack, äh, spreng den zum Schluss auf Okay Geh nochmal hier ins Büro Geh nochmal hier ins Büro Ja, läuft ja jetzt momentan ganz gut Wie schnell wir die Mission schaffen, alter Wie schnell wir die Mission schaffen, alter Auf Overkill Ja Ist schon peinlich, alter Ganz sneaky Ja, dadurch, dass sich Zivilisten töten Aber so viel ziehen die halt nicht ab Naja, ich hab zwei gefesselt Ne, vier sind gefesselt Ja, ich könnte auch noch einen fesseln Ja, ich auch Fangen die aber nicht Äh Der hat grad gesagt, nächstes Mal muss er mit dem größeren Wagen kommen Bei mir grad im Funk Bei mir hat der gesagt, es sind sehr viele Taschenleute Ja Aber es sind ja acht gefordert Also, was willst du machen? Ja, voll machen Ja, wir schaffen aber neu Ja, wir sind noch mehr Wir schaffen noch mehr Ich mach den, äh, Dings jetzt mal Nein, warte, warte noch Warte noch Ja, da sind ja auch noch 2.000 drin, das ist ja das Problem Das ist ja die Sache Ja, das schaffen wir Warte noch, bitte Ja, okay, ich hab auf jeden Fall schon mal drei besitzt Hier hat eine fehlt noch Hier sind auch alles leer, andere leer Leergeräumt Ah, komm schon Ich geh nochmal alle durch Geh da hinten gucken, ich passe hier vorne auf, dass wirklich keine wegläuft Ja, ich guck mal Das ist noch gefesselt, wie sollen die weglaufen? Einige können noch weglaufen Ja Zum Beispiel, er, ach, der ist down Okay Wie zum Beispiel der Tote da Passt hier vorne auf Okay So, ich sehe nichts mehr als hier ausruhen Ja, das ist ein Fragezeichen Ach Ausrufezeichen Okay So, ich mal's den Dings aus, das ist nichts mehr als ich Ich bleib draußen Okay Ja, spring auf Wie chillig der hier einfach steht, ey Ich hab nix damit zu tun, nein, ich stehe hier nur Hier diesmal ist nur eine Kiste drin Hey Ist sonst alles leer? Gucken wir nochmal alles durch, aber Scheint so Das wird viel Geld geben Das wird viel Geld geben Alter Ne, den will ich nicht Wie, der Janice ist ja ein Nigger Geil, Vincent Gib mir ne Aufrufe Ja, ja, stimmt Fuck, ich hab's vergessen Ey, hier sind sieben Pakete, wo sind die denn alle? Der Vincent, der meint das nicht so ernst Ne, ich bin halt der Vincent Da liegt doch ein Paket Kann man ja vielleicht rausschneiden Was geben die Pakete denn? Weiß nicht Sechs Pakete noch, komm, lass uns die finden Noch eins Leiche Alter, wie hab ich den umgebracht? Wie? Wir haben alle umgebracht Nein, auch so viel Guck mal draußen noch Auf den Straßen Ja, da gibt's auch noch welche Das sind nicht mehr viele Ach, der ist ja auch tot Ah, ne, doch nicht, der lebt ja noch Sauer Gut Hier, Nachbargeschäfte Ja, stimmt, da gibt's ja auch noch Ich guck mal in einem Nachbargeschäft Das ist geschlossen Bad Lader Da kann man nicht rein Kannst du hier aufschießen? Naja Auf einmal gucken wir sich an Glasscheiben Guckt alles ab Guckt auch mal in so den Wagen rein Also so auf Ladeflächen zum Beispiel Ich schau schon überall Hier liegt nur so viel Stuff Unverwichtig Muss man aufpassen, dass man nicht vorbeiläuft Dün 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 Das sind nur noch 4 Pakete, was geben die dann? Ich glaube die geben nochmal mehr Money Oder einen Bonus Ich will den Bonus Ihr habt eins nämlich vergessen Eins lag nämlich im Auto drin Okay, dann 3 noch Hier auf der Ladefläche ist kein Ah, hier ist bestimmt auch noch eins drin, oder? Nee, komm mal nicht rein Hier ist auch eins Sauber Bitte alle gerne Wär jetzt alles dreimal abgegangen Okay, da komm mal nicht hin Aber hier ist noch ein Geschäft, komm man da vielleicht rein? Kommt man nicht, ich hab schon alle geschafft abgeguckt Blumenbäh, Mülleimer Müsst richtig heftig in die Ecken gucken Hm Einmal ist auch keins Hinter der Bank Jetzt schießt ich hier niemand noch knapp Hier ist natürlich, aber die kann ich auch noch Komm, zwei Stück fehlen noch Die finden wir noch, komm Guck mal in die Blumenbäder Äh, Blumenbäte rein auch So viel Zeit Auf Overkill Guck mal hier alles durch Kann nicht wahr sein Wo soll ich sche... Wo soll ich sche... Scheiße denn noch, ne? Ja Hier liegt auch so viel Scheiße rum Ich weiß gar nicht, wie sehen dann diese Pakete überhaupt aus? Unterschiedlich, viereckig Meistens Ja, es ist meistens so ein Papierpaket Und das ist in der blau oder rot Schleife drauf Hier liegen ja so viele Muss immer mal auf den Boden gucken Hätten wir uns mal den Faktplan angeguckt Ich hab das letzte Ja? Sauber Okay, dann abbauen Alle... Haben wir alle? Alle Säcke? Ja Da liegt nämlich nur einer Das ist, äh... Nichts besonderes Tragepersonen, achso Okay Okay, kommen wir heute ab Juhu Partyiii So, jetzt mal sehen Ja Ich glaub, das gibt irgendwie 900 Gage dazu Und wo steht das dann? Wie hast du gesehen? Bei Punkten, glaub ich Ja, 233.000 Job, 2000 243.000 20 Risiko 243.000 Ja, wie lange möchtest du mich nochmal machen? Ich glaube, das ist der gleiche Bonus Stilboer Stilboer Jo, Alter, wie viel steig ich denn jetzt auf, Junge? Haha Alter Juhu Ja, komm Was nehm ich? Ach Ja, sauber, trotzdem Bargate 90.000 wieder Hä, du hast nen Aufsatz Du hast Ah, Mann, ja Hab ja auch Komm Irgendwann Wie spät haben wir überhaupt? Boah, Level 23 So, dann danke ich jetzt wieder fürs Zuschauen Man sieht sich, haut's rein, Leute Ciao So Vielen Dank.